und jetzt ich gehe erstmal hier lang so und warum durfte die beiden da vorne noch nicht ausschalten scheiß drei alter dieses hohe Gras schützt bei jeglichen blicken mal sehen was hier vor sich geht er ist erledigt nach sachen ok wir rücken vor boah wie geil animiert die blätter hier aussehen haben mehr ironie er ist erledigt man ist so ein krauch nein mal sehen was hier los ist gut gut hast du die masse von dem kerl gesehen wie schön dass du hier bist was ist los man könnte meinen du hast deinen geist gesehen von mir erfährst du gar nichts das ist wirklich zu schade du hast doch nicht geglaubt dass ich es dir leicht mache oh nein wir beide haben wirklich viel nachzuholen bringt alles zur feuerbasis charlie und ihn auch operation heimkehr fährt wie geplant feuerbasis charlie operation heimkehr wiki wie lautet eure position die jungs haut mal besser rein und kommt sonst bleibt ihr hier zurück verstanden sind auf dem weg markiere den sammelpunkt hol riley daraus was mit mir darf ich mich nicht bewegen kriegst du mich hochgepackt oder was ja ich bin doch schon auf dem weg dahin kleines häppchen zwischendurch ich da komme ich nicht hier bewegung stalker 6 sind auf dem weg zu eurer position startet die party nicht ohne uns riley nicht so schnell was ist mit dem hund los riley bei fuß er bellt für drei hunde er kann also nicht mit anderen hunden er kann also nicht mit anderen hunden gib mir ein küsschen wo kommst du denn her ja hey riley er ist cool junge verstanden schönes ding hinten ist alles frei scharfschütze haben wir auch dabei wir sind ein paar nachzüge auf der straße das gibt er ok keegan im auge behalten und deckung geben ihr walkers kommen mit mir ok keegan es kann losgehen ok feuer frei super die abgebotet ist nichts passiert also das beste was man machen kann yay ballert doch alle rein am besten die ohne Schalldämpfer weil das mit dem Schalldämpfer einfach zu clever wäre aber das wäre halt nicht dem Spiel entsprechend Rambo mäßig scheiße und daher muss das auch nicht gemacht werden und daher muss das auch nicht gemacht werden wenn ich spiele mit Niveau spielen wollen muss ich mir was anderes suchen eieieieieieieiei Kisser au Das war doof. Das war relativ doof. Das war eine geschmolzene Scheiße. Hat ein Rad gedreht. Ich bin so gut. Ich bin ein einzelner Soldat und mache alles nieder. Okay. Du hessisches Stück Scheiße. Das erste Mal ist es doch mit einer Backblaume. Das erste Mal ist doch mit einer Backblaume. So. Das ist schon eine Waffe nach meinem Kaliber. Deine Mutter im Übrigen auch nicht mehr. Fuck yeah, ausgeteilt. Oh, dunkel. Bums. Scheiße. Können wir nicht weg machen. Nein, das bringt auch nichts. Sie kamen aus den Schatten und verschwanden im Licht. Ghosts. Wir haben sie uns nur vorgestellt. Jetzt wollen wir zu ihnen gehören. So ein bisschen die Legende der Wächter abgeguckt, wahr? Fernsteuer, Scharfschützengewehr online. Ja, wir suchen Ajax, aber nicht jetzt, nicht heute, sondern das nächste Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche euch natürlich noch alles Gute. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Und Entschuldigung für das ganz gemeckert die ganze Zeit, aber es muss auch mal sein, ne? Tschüss.